Guter Rat ist teuer, schlechter kostet dein Vermögen. Das klingt abgedroschen, das ist aber immer noch so. Ich helfe Ihnen, die richtige Kommunikationslösung zu Ihren Zielen zu finden. Mein Team begleitet Sie auf dem Weg dorthin. Wenn Sie an nachhaltigen Beziehungen auf Augenhöhe interessiert sind, finden Sie in mir, Jürgen Kapus und in der Kamedia gute Partner. Sprechen Sie mich einfach an.